Also Servus, ich bin der Daniel Rau, bin 32 Jahre alt, geborene in Kaufbeuern und bin dieses Jahr hier in Sandhofen. Ja, wie man sieht vielleicht da hinten, der Jogi, den habe ich schon damals im Nachwuchs gehabt und der hatte mich dann angerufen und mich gefragt, ob ich nicht nach Sandhofen kommen will. Und da habe ich mir die ganzen Sachen überlegt und habe gesagt, ja, das mache ich. Er hat mir damals viel gegeben und gebe ich ihm jetzt zurück. Ja, ich denke, letztes Jahr haben sie ja kurz oder am Aufstieg gespielt. Ich denke, dieses Jahr wird unser Ziel sein, um die Playoffs zu erreichen. Ja, mein gut, ich bin ja aus Kaufbeuern und ich kenne sie ein bisschen. Und wie gesagt, die Jahre lang haben mir jetzt die Berge hier gefehlt. Das ist schon sehr klasse und darauf freue ich mich wieder. Ja, ich habe jetzt meinen Sohnemann, der fordert mich jetzt zur Zeit raus. Das wird jetzt dann im August zwei Jahre. Und das ist so gerade mein zweites Bein, was ich jetzt gerade so habe. Das macht tierisch viel Spaß mit ihm. Ja, ich war jetzt eben gerade schon mal in der Halle und habe mal geguckt, wie es so ist. Ich hoffe, dass ihr uns dieses Jahr zahlreich unterstützt, damit wir unser Ziel, die Playoffs schaffen. Und ich freue mich auf euch. Und ich glaube, das ist ein paar Tage bzw. Vielen Dank.